Hallo Leute, ja, willkommen zu Super Mario Land 3. Ja, es geht eigentlich mal weiter mit meinen Let's Plays. Okay. Ist es etwas zu laut? Ich weiß es nicht. Oh, oh, wie habe ich die früher genannt? Wie habe ich die... Scheiße! Oh, okay. Okay. Stirb. Ähm, ja. Hallo? Okay, Wikinger Power. Und stirb. Okay, danke schön. Warte, irgendwie habe ich... Irgendwas habe ich an diesem Level gehasst. ...Mikrofon mal richtig hinstellen. Okay, jetzt ganz... Du leck mich am... Ach, du kannst mir so doll am Sack lecken, Mario, du weißt es nicht. Stirb. Stirb. Ach, Mario ist ein verdammter... Stirb. Okay. Er will noch nicht sterben. Jetzt ist er gestorben. Stirb. Okay, ich droht. Okay, dir ist das runtergefallen. Ähm, ja. Okay. Ich habe langsam Skills-Doff hier entwickelt, dieses Spiel. Obwohl ich das lange nicht mehr gespielt habe. Und ich habe es jetzt erst gemerkt. Die Blöcke haben Augenbrauen. Und wieso? Hm. Müssen wir nicht mal den Entwickler fragen. Ich weiß es momentan nicht. Ähm, ja. Ähm, ja. Stirb. Dankeschön. Stirb. Danke, danke, dass du mir Geld gegeben hast. Okay, wo zum Teufel bin ich? Warum zieht er so? Okay. Da haben wir gespeichert jetzt. Ähm. Okay. Bei euch klingt das vielleicht leise, aber bei mir klingt das richtig laut. Ähm, ja. Ja, ich wusste das auch nicht. Ich bin Feuerwehrmann. Im Gegensatz zu Feuerwehrmann mache ich lieber gerne Feuer. Ähm, stopp. Stirb, stirb meines. Dankeschön. Nee, 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 nee. Oh, jetzt weiß ich wieder, warum ich jetzt... Äh, scheiße. Stirb. Ja, danke. So. So. Aha. Habitat, du bist tot. So, dankeschön. Und. Und. Und was ich noch ankündigen wollte. Hau mit dem Feuer, du Spaß. Dankeschön. Ähm, es kann sein, dass ich bald mit Videograbber Videos aufnehmen werde. Ich muss mir eins von... Oh, stirb. Dankeschön. Eins von Ebay kaufen. Mein Freund musste, holt mir das vielleicht. Ich muss ihm das Geld nur geben. Dann hab ich... Dann seht ihr Videos von, zum Beispiel, ähm... Final Fantasy vielleicht. 10 und die, äh, Fortsetzung. Und ich hab's geschafft. Juhu. Kingdom Hearts. Was hab ich da noch? Tickt doch nicht gleich hier aus. Okay. Glückssache, Glückssache. Ähm, ja. Ja. Bitte. Oh, fügt dich ins Knie. Ich hab keinen Bock zu Geld zu verschwetten. Ja, du bist traurig mit der dicken Nase und dem dicken Schnurrbart. Verpiss dich. Danke. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Und wie viel hab ich denn aufgenommen? Weiß ich jetzt nicht. Also, man sieht, ähm... Warte, Let's Plays von Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, was noch? Oh, was bist du denn? Oh, du machst gerne Blitze. Du glaubst, du bist Enel, aber so ist es nicht. Enel hat dir wenigstens lange Ohren. Stirb! Okay. Wäre ich das Schatten? Ja oder nein? Sehen wir mal. Ich hasse diesen dreckigen Bastard. Ja, Leute, ich hasse diesen dreckigen Bastard. Der ist einfach dreckig. Dreckig wie die Nacht. Und? Hau ab, hau ab. Oh, er kann in der Luft laufen. Ganz was Neues. Nö, 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 nö. Okay, gucken wir mal. Ich hoffe, das Bett... Ähm, scheiß auf die Kiste. Man kann ja so hoch springen. Wollte mich hier verarschen, Entwickler, oder was? Okay, er ist wieder ein Wikinger. Oh. Oh, oh. Jetzt muss ich wieder warten. Ah. Okay. Du dreckiger... Ich hasse diese... Mh. Okay. Einfach mal überruhigen. Und wartet mal kurz. Okay. Wir haben bisher noch fünf Minuten gespielt. Wir haben hier noch zehn Minuten. Das ist ja gut. Das sind gute Voraussetzungen. Und ich habe immer noch ein Leben. Ähm, ja. Ich werde reinkacken. Mh, 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 mh. Aber ihr müsst... Leute, ihr müsst zugeben. Er sieht wirklich aus mit Mr. T, oder nicht? Ey, ihr müsst das zugeben. Okay. Ähm, danke schön. Danke, dass du explodierst. Du auch? Du dreckiger Bastard. Verschwinde. Ah. Ich hasse diesen Bastard. Okay. Ich habe... Ach, was will ich mit das da? Ah. Ich will abspeichern. Ähm, nein. Dankeschön. Ähm, was war... Ach, scheiße. Das war knapp. Ich brauche eine Kiste. Ich brauche irgendeine verfickte Kiste. Okay, habe ich da was? Habe ich da... Oh, ja. Diesen Jet mäßig. Ja. Okay, was gibt es hier? Oh, wir können abspeichern. Dankeschön. Das ist sehr, sehr komfortabel für mich. Ich hasse dich, du Fettzeug mit der Nase. Äh, nein, 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 nein. Ich hasse dich, Barrio. Und Avalonkut muss ich noch machen. Ich muss dir wieder die Liste finden, die ich gemacht habe. Okay. Zieh und erleben. Stopp. Ey, willst du mich natzen, oder was? Ey, ich habe ihn doch berührt. Dreckiger Bastard. Okay. Irgendwas Böses kommt gleich runter. Das weiß ich. Ich... Okay, okay. Es kommt nichts Böses runter. Anscheinend wohl nicht. Aber jetzt bestimmt. Irgendwas ganz, ganz Böses kommt jetzt runter. Und sagt, hallo... Hä? Äh, willst du mich natzen, oder was los? Okay, dann geht es hier nicht weiter. Oh, ah ja, stimmt, stimmt, stimmt. Hier ist der geheimen Schatz. Ach, verdammt. Egal, wenigstens bin ich wieder... Wenigstens bin ich wieder größer. Oh, bestimmt fährt er runter. Sollen wir hätten... Oh, das war knapp. Knapp am Limit. Okay, wo war die dreckige Missgeburt? Ah, da bist du, du dreckige Missgeburt. Oh, geschafft. Oh, nervenkitzel pur, Leute. Ich weiß, das ist so aufregend, bei mir zuzugucken. Und hier ist das Verdammt. Ähm, soll ich das holen? Nee. Ich weiß sowieso, was... Wari wird sowieso ein Obdachloser. Ich habe von Final Messenger gehört. Hier geht es darum Münzenzusammlung und Schätze. Und wenn man genügend hat, dann kauft sich Wario ein Haus. Und ich will nicht, weil... Ich hasse diesen Bastard. Ich hasse ihn einfach. Das geht einfach nicht. Das... Ich hasse ihn. N-n. Ja, n-n-n-n-n-n-n. 734 Münzen. Wir kommen hier gut voran. Bist du ja nur ein paar Mal gestorben? Okay, wie viele Minuten habe ich? Oh, ich habe noch sehr, sehr viel Zeit. Ich bin sehr, sehr gut. Nö, 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 nö. Nö, nö. Warte, Avalon kurz verhandeln. Ich muss das noch zu Ende machen. Okay. Warte, war ich denn hier? Diesen Level? Warte, ist das die wiederholte Version oder was los? Okay, tot. Tot. Okay, du willst noch nicht sterben? Du Fettsack, hör auf. Okay Dankeschön Okay, irgendwas Böses ist hier Oder was war das? Achso, er hat bestimmt sein Messer geworfen Aha Ich bin schlau, aha Ich mach Abi Okay Geschafft Ey Leute, das war ein Witz, oder? Was ist das? Was ist das, Leute? Was ist das? Warum so leichtes Level? Warum? Das war ein bisschen dumm Okay, da werden wir ein bisschen speichern Dankeschön Und du stirb Dreckige Ratte, stirb Mann, oh Mann, oh Mann Ich glaube diese vier Monate Na, was für vier Monate? Ich glaube Okay, diese einen Monat Pause Hat mir viel gebracht Meine Skills haben sich weiterentwickelt Obwohl ich nichts gemacht habe Außer schlafen, essen und lernen Oh Oh Okay Ähm, ja Sieht schon Stirb Stirb Dreck Bastard Okay Irgendwas Böses Irgendwas Böses Kommt gleich Okay Eine Kiste mit Augenbrauen Okay Noch eine Kiste Nein, ein Trio Puh Okay Ich reg mich nicht auf Nein Ich reg mich nicht auf Das geht mir so doll am Sand vorbei Weil das sind einfach dreckige Mäuse Und ich kriege sowieso wieder die Rakete Und ich fliege jetzt einfach darüber Weil ich es kann Weil ich es einfach kann Aber ich habe null Münzen Ich brauche wenigstens eine Münze Okay, ich habe genügend Oh Boah, das war knapp Boah, Nervenkitzel Ne, 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 ne Ne, ne Ist ich tot? Okay Warte, war der nicht hier Ach Diese Augenbrauenkisten Wo ist das Trio von denen? Hier, da Es kommt ein bisschen am Vierer Okay Es kommt noch schlimmer Okay Aber was bringt mir eigentlich diese Herzen? Das weiß ich gar nicht Oh Schleck mich, du Spass Okay Okay Ich habe irgendwie immer Angst Davor Ich hasse dich, du Leck mich am Sack Du Sackgesicht Boah Ey, wenn du jetzt am Bummerring wirst Dann bist du tot Boah Ach, scheiße Okay, Leben dazu Super, super, super Boah Boah, meine Skills Die werden wieder schlechter Oder hatte ich je Skills? Das ist die bessere Frage Bitte das Ende Bitte das Ende Bitte das Ende Warte, ich nehme dich mit Und Ich nehme dich mit Habe ich gesagt Und werfe dich gegen diesen Bastard hier Danke Rein Oh Boah Das war knapp Okay Du kommst mit Nein, du willst nicht Okay Geschafft Ja Ich habe es geschafft Ich habe Skills Und ich bin gewachsen Weil ich Aktimil getrunken habe Oder Fruchtzwerge Ähm, ja Nein, wir Gehen ein bisschen raus Nö, 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 nö Nö, 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 nö Aber erst im nächsten Part Tschüss